Du hast noch nie eine YouTube-Kacke gesehen, ne? Nein. Okay. Sandra, bist du bereit, richtig zu verdummen? Ne. Echt nicht? Doch. Okay. Ist es richtig dumm? Niemand. Das ist Kunst, das ist Kunst, Sandra, das ist Kunst. Das ist Kunst. Ja. Das alte Schau mal, Antischuppen, Antischuppen, Antifett, Antima. Das ist jetzt mit doppelter Wirkung gegen Antischuppen unmet. Es besser köfte, das. Es besser köfte, er sagt das. Schau mal, Antischuppen, Antifett von Schwarzkopf. Was? Sandra, wie du hier einfach am Sterben bist. What the fuck, Digga? Wake up. Hallo? Einfach traumhaft. Wirklich wahr. Die Frau haut so glatt. Wer war das da? Das war Marcel Davids. Wer wat? Das war Marcel Davids. Lol. Diese sanfte Alchie macht mich echt an. Ich bin richtig k... Red ihr nicht? Nein. F***er. Nazi. Die Kiwi mit dem Herz aus Kiwi. What the fuck, Digga? Mal. Hallo, mein Name ist... Hallo. Kennen Sie diese Probleme? Hallo Ei. Eingebackene SS-Efte. Hartnäckige Rot-Schmutz. Angebrannte Eier. Sie sind fett. Klebrige Philip Bang-Abdrücke. Kein Problem. Ihr Philip Bang-Fettreiniger. Ein Nigga treibt es mit! Einer alten, unglaublichen Oh, Digga, Alter Öl, sehen Sie What the fuck Wie Öl sie sich in Sekunden einfach einkackt Die Gefinger Die Gefinger holt eng bang im ganzen Haus Einfach weg Gebrav mir eins nach Speck Ein bisschen Zillibang Und der fettverschmierte Schwanz glänzt mit einem Blick Auf Küche Und der fettverschmierte Schwanz glänzt mit einem Blick Digga, perfekt Ich checke nicht, wer hat so viel langweil, um solche Videos zu bearbeiten Ist so, wer macht sowas? Das ist so krass, Mann Grill, Herd, Küche, genug In Japan weiß man, der Darm ist der Sitz der Scheiße Der Darm ist der Sitz der Scheiße Hat der Darmschafter Dr. Shiro Yaya Kult entwickelt Yaya Kult wirkt gezielt auf das Gleichgewicht der Japsen Und sorgt so für ein scheiß Immunsystem Und mehr Immunsystem Ja Das ist wirklich verdummen hier Das ist aber geil, ne? Das ist übelst geil Japan ist der Sitz des Coronavirus Marcel Davies ist Kult Ah, gut Kennst du das noch? Ist das Müller mit der Ecke? Ich hab diese Werbung früher schon gehasst Guck mal wer da ist Franz Bauer Müller Was? Der Joghurt mit der Ecke Der Joghurt mit der Ecke Und welchen Bauer fixst du? Alles Müller Alles Müller Oder was? Geh auf die Zeit Geh auf die Zeit Geh auf die Zeit Hey, das ist Anni Sonnebach Hey, Kriwe Bauer 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 Das Leben ist voller Rassisten Also Real Talk, ich kenne dumme Leute, einer sitzt neben mir, aber ich habe noch nie so was dummes gesehen. Real Talk. Das Leben ist voller Scheiße, wie der fruchtige, hey, wie der fruchtige, fruchtzaller Geschmarsch von Kuckuck. Das ist einfach nur richtig dumm. Sag einfach Kuckuck. Kuh mit Zin-Vitamin. Kennst du das noch? Nein. Salah ist ein Ding voller Überraschungen. Wollen wir doch mal gucken, wie den Leuten Obstgarten so schmeckt. Mund auf. Einfach Montana Black. Mund auf. Bruchtig? Ich mag. Superobstig. Oh ja, Klausmo, Klausmo. Und wie ist der leckere Obstgarten? Das ist der leckere Obstgarten. Schlecht? Oh ja. Obstgarten, sowas für lecker. Das ist Wahnsinn! Was ist Onanieren? Hast du gerade gefragt? Was ist Onanieren? Das ist sichern zu Jigsen. Ja. Wer ist das? Das ist Marcel Davies. Wieso kenne ich den nicht? Dem gehört eins und eins. Also, das ist ja sowas von läckerlich. Das ist übelst los. Das ist einfach nur sowas von los. Supercake, TheCrasher und Snoopy. Dankeschön für die Sub. Instinct 1 Milliliter. Dankeschön für die Subs. Wir sind schon 1 Stunde 32. Die Zeit fliegt. Na, Sandra, die Zeit fliegt. Das ist ja Crack. Pass auf. Sandra. Jetzt haben wir uns genug lustige Videos angeschaut. Die Zeit fliegt. Die Zeit fliegt.